Die letzte Nacht in Mailand stammt aus dem Jahre 2023, hat eine Lauflänge von ca. 2 Stunden und 5 Minuten und eine Freigabe ab 16 Jahren. Regie führte Andrea Di Stefano, der hatte unter anderem 2014 schon das Biopic Escobar Paradise Lost mit Benifio Del Toro gedreht. Der führte hier Regie und widmet sich so diesen italienischen Polizeikriminalfilm aus den 70er Jahren und wer da Freund ist dieser Filme und dieses Genres, der wird mit Die letzte Nacht in Mailand definitiv nichts falsch machen. Worum geht's? Wir haben unseren Polizeileutnant Franco Amore gespielt von Pierfrancesco Favino und der steht kurz vor seiner Pension nur noch eine Nacht ist zu überstehen. Und dann hat er 35 Dienstjahre hinter sich, bei denen er auch über 30 Jahre schon nicht mehr seine Waffe abgefeuert hat. Und deswegen gilt er bei den einen Kollegen als Held, bei den anderen aber auch so ein bisschen als Schwächling. Er kommt hier am Abend vor seiner Pension eben nach Hause. Dort wartet seine Frau, Freunde, Familie und auch ein paar Kollegen auf ihn, die so eine Abschiedsfeier für ihn veranstaltet haben. Seine Tochter ist auch zugeschaltet per Computer, möchte ihrem Vater auch gratulieren und sich nochmal dafür bedanken, dass er ihr ein Studium im Ausland ermöglicht hat. Und das macht den Papa natürlich hier ganz stolz. Doch dann bekommt er einen Anruf und muss sich zu einem Mordplatz begeben, wo sein langjähriger Freund und Kollege ermordet wurde. Und das reißt ihn dann völlig aus dem Leben und es ändert sich doch alles noch in der letzten Nacht in Mailand vor seiner Pension. Gleich zu Beginn des Films wird klar, dass wir es hier nicht mit einer Billigproduktion zu tun haben. Nein, gleich die erste Einstellung von Mailand bei Nacht. Hier eine schöne Drohneneinstellung, ein Flug über die Dächer von Mailand. Und man sieht so schön die ganzen Lichter im Allgemeinen haben, wie hier eine tolle Kameraarbeit, ein tolles Spiel mit Schärfe, Unschärfe und auch tolle Kamerafahrten. Also egal, ob bei den Dialogen oder dann auch später am Hauptschauplatz eben diesen Tunnel. Also inszeniert ist der Film 1A. So viel kann man schon mal sagen. Dann haben wir die schauspielerische Leistung. Allen voran eben unser Hauptkommissar hier Franco Amore, gespielt von Pierfrancesco Favino. Der macht seine Sache wirklich glaubhaft und überzeugend. Wir haben einen sehr emotionalen Beginn mit diesem Anruf und dass er eben dahin kommen soll, wo sein langjähriger Freund ermordet wurde. Und da wechselt es dann erst von dieser Freude und Überraschung über seine Party hier kurz vor seiner Pension dann in sehr emotionale. Da fließen auch Tränen eben wegen seinem Freund. Und das macht er hier richtig überzeugend. Aber auch im kompletten Film weiß er hier über die komplette Lauflänge eben zu überzeugen. Wir haben diesen Schauplatz, diesen Tunnel hier. Und das ist dann wirklich ganz clever gemacht und gewählt. Denn es geht im Film zum einen eben um den Teufel. Ja, das Geld ist der Teufel in Person. Und da haben wir eben die einen, die zum einen dem Geld hinterherjagen aufgrund von Macht eben. Sie wollen Macht haben. Sie wollen Ruhm haben. Sie wollen in Luxus leben. Sie wollen sich Autos kaufen können, Erfolg bei den Frauen haben und was weiß ich nicht alles. Und auf der anderen Seite haben wir dann hart arbeitende, ehrliche Menschen, die sich durchkämpfen, eine Familie gründen, ihre Familie ernähren wollen, ihren Kindern eine Ausbildung geben möchten, aber mit ihrem Gehalt dann nicht zurechtkommen. Die Polizisten sind hier auch stark unterbezahlt. Das erfährt man im Verlauf des Films 1.800 Euro im Monat. Das ist eigentlich ein Witz dafür, dass die Leute hier für Recht und Ordnung sorgen, sich beschimpfen, bespucken, beschlagen und was weiß ich nicht alles lassen. Also das Polizeileben ist auch in Italien kein Zuckerschlecken und dennoch versuchen sie sich hier durchzukämpfen und auch sie brauchen diesen Teufel. Und der Teufel hat eben viele Gesichter und auch viele Möglichkeiten, die Leute hier zu verführen. Und dafür steht dann auch dieser Schauplatz, dieser Tunnel, denn am meisten hat man hier nur zwei Möglichkeiten im Leben. Und wenn man sich dann für eine entschieden hat, dann gibt es keinen Weg mehr zurück. Dann gibt es nur noch die Flucht nach vorne mit all ihren Konsequenzen. Und genau so ergeht es dann auch unseren Polizisten hier, Franco Amore. Also ganz clever gewählt. Der Film ist ganz nah dran an der Realität, wobei man dann aber sagen muss, gibt es immer wieder ein paar Szenen im Film, die nicht ganz glaubhaft rüberkommen. Also speziell, wenn man hier an Überwachungskameras denkt oder eben an ein paar Szenen, die hier passieren, während alle Leute zuschauen können, vorbeifahren mit dem Auto und was weiß ich nicht alles. Ich mag da ja nicht großartig spoilern, aber da wirkt es dann weniger glaubwürdig. Im Großen und Ganzen ist es aber schon ein Film, der zu überzeugend weiß und wo man sagt, ja okay, so könnte sich das im Großen und Ganzen schon auch mal abspielen. Wir haben neben all der Ernsthaftigkeit auch immer wieder so ein bisschen Witz mit drin, vor allem am Anfang. Ja, wir sind hier in Italien, eine Fußballnation. Da gibt es natürlich ein paar lockere Sprüche zwischen den Fußballfans, hier AC Mailand und Inter Mailand Fans. Das lockert das Ganze ein bisschen auf, aber dann, ja, dann zieht der Film schon auch an mit seiner Spannung. Hier sind wir dann auch beim größten Kritikpunkt von meiner Seite aus. Wir haben zwei Stunden und fünf Minuten Laufzeit und am Anfang so knapp 45 Minuten dauert es dann schon, bis es dann zu diesem Wendepunkt kommt. Und hier gibt es sehr viel Exposition. Natürlich ist klar, wir müssen die Charaktere einführen. Wir müssen gucken, wo ist ihr Platz, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in der Gesellschaft, in der Rangordnung. Wie stehen die zueinander? Wie gehen die miteinander um? Ja, um später dann nicht nur einiges nachvollziehen zu können, sondern auch diese nötige emotionale Bindung zu bekommen. Aber das dauert mir dann schon zu lang, fast 45 Minuten. Und das sind durchaus ein paar Szenen, die den Film einfach nicht weiterbringen, Leerlauf haben. Und da hätte man locker für meinen Geschmack hier 15, 20 Minuten rausnehmen können, um das Ganze etwas kompakter und noch spannender zu gestalten. Kommt man dann aber zu diesem Wendepunkt, so nach 45 Minuten, dann zieht die Spannung richtig an und dann wird alles, ja, auch von den Schauspielern her und so. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und wie gesagt, für alle Freunde dieses italienischen Kinos, die eben auf Polizeikrimis stehen, die nah an der Realität sind. Natürlich nicht über die komplette Zeit. Man muss Abstriche machen, wenn man so einen Film macht, ist klar. Aber die werden mit Die letzte Nacht in Mailand definitiv nichts falsch machen. Also zum mindestens einmal gucken, taugt der Film alle mal. In diesem Sinne soll es das gewesen sein von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine lieben Filmfreunde. Und Servus.